In der Saison 2024-2025 werden die neuen Spielformen im Kreis Augsburg bei der F-Jugend verbindlich eingeführt. Was sind die neuen Spielformen? Diese könnt ihr auch der Richtlinie des Minifußballs entnehmen. Es ist zum einen Fußball 3, also mit drei Feldspielern auf vier Minitore, früher auch bekannt als Faninho. Und Fußball 5, das ist mit einem Torwart und vier Feldspieler plus einem Rotationsspieler. Bei Fußball 3 gibt es auch einen Rotationsspieler, deshalb sind dort vier Spieler beteiligt. Fußball 3 ist für die U9 8-7-6 erlaubt, Fußball 5 mit den höhenreduzierten Toren für die U9. Deshalb bieten wir in der U9, in der F-Jugend auch beide Spielformen an, weil beide sind erlaubt. Wir werden beide Spielformen in Festivalspielmodus durchführen und so einteilen, dass immer Festivals entstehen. Schauen wir uns das mal für Fußball 5 an. Die Anordnung der Fußball 5-Felder kann, wie hier gezeigt, auf einem kompletten Sportplatz so gemacht werden. Dieses Bild ist auch in der Ausfüllhilfe zum Meldebogen enthalten. Wir werden es so machen, dass beim Fußball 5 sechs Mannschaften mit zwei Teams ein Festival bilden. Das heißt, wir haben zwölf Teams und spielen auf sechs Plätzen. Am besten spielt man mit Jugendtore, die höhenreduziert sind. Ist die Höhenreduzierung nicht da, kann man natürlich auch Jugendtore so benutzen. Hat man nicht zwölf Jugendtore, kann man auch Minitore nehmen und zwar vier Stück. Es wird dann trotzdem fünf gegen fünf Feldspieler dann auf vier Minitore gespielt und der sechste ist weiterhin der Rotationsspieler, wie auch auf die Jugendtore. Das heißt, hat man zum Beispiel sechs Jugendtore, dann wird Feld 1 mit Jugendtore, Feld 2 mit Minitore, Feld 3 mit Jugendtore, Feld 4 mit Minitore, Feld 5 mit Jugendtore und Feld 6 mit Minitore. Dann stehen die Jugendtore auf 1, 3 und 5 und die anderen Felder werden mit Minitoren ausgestattet. Das bedeutet, bei sechs Runden à 10 Minuten haben alle 30 Minuten auf Jugendtore gespielt und 30 Minuten auf Minitore. Hat man mehr Jugendtore, kann man hier mehr Jugendtore einsetzen. Hat man nur vier Jugendtore und kann nur auf zwei Feldern auf Jugendtore spielen, dann sollte man das auf den Feldern 1 und 3 machen. Auf den Feldern spielen normalerweise die stärkeren Mannschaften. Im Fußball 3 werden wir sechs Mannschaften zu einem Festival schicken. Die sechs Mannschaften haben drei Teams. Das heißt, wir haben 18 Teams und neun Felder. Wie können diese neun Felder auf einem Fußballplatz angeordnet sein? Hier ein Beispiel. Man macht auf einer Seite fünf Felder und auf der anderen Seite vier. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die Felder so anzuordnen. Die Tore können außen sein, aber wir werden gleich sehen, sie können auch an anderen Stellen gestellt werden, um etwas Variation reinzubringen. Solltet ihr auch beim Fußball 3 das Ganze mit Fußball 4 anreichern wollen, so ist das erlaubt. Das heißt, ihr könntet ein Feld 1 machen mit Fußball 3, ein Feld 2 mit Fußball 4. Das heißt, es wird 3 plus 1 gespielt, also ein Torwart plus 3 Feldspieler, weil ein Team besteht ja aus vier Spielern. Hier ist es 3 Spieler plus ein Rotationsspieler und hier wäre es dann 3 Spieler plus ein Torwart. Dann wieder ein Feld mit Fußball 3, ein Feld mit Fußball 4. Das dürfen die Veranstalter selbstständig festlegen und so wird dann gespielt. Das heißt, ich kann auch beim Fußball 3 schon Jugendtore ins Spiel bringen, am besten Höhen reduziert und das Torwartspiel meinen F-Jugendlichen erlauben. Ich habe es gerade schon erwähnt, natürlich kann man die Mini-Tore außen auf die Torauslinie stellen. Es ist aber auch erlaubt, zum Beispiel die Tore einzurücken und auf der Schusslinie zu platzieren. Es ist auch erlaubt, wenn man nicht ganz so viele Tore hat, dass man mit Hütchen Trippeltore benutzt. Also hier haben wir höchste Flexibilität. Vielen Dank und Tschüss.